Ich begrüße Sie zu den Nachrichten zu den Meldungen des Tages. Zuerst Polizeimeldungen. Am Mittwoch ereignete sich an der Einmeldung Wallstraße in Neuzelle ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46 Jahre alte Fahrer eines Audi A6 von der L431 kommend auf die B112 abgebogen. Hierbei war er mit dem Ford Focus einer ebenfalls 46-Jährigen zusammengestoßen. Bei einem Unfall waren beide Unfallbeteiligte schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Mittwochnacht fuhr ein 34-Jähriger in Ziltendorf auf einen Pkw Mercedes auf. Dieser stand auf einer unbeleuchteten Stelle auf der L372. Der Fahrer des Audi A6 hatte sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. In dem stehenden Mercedes hatte zum Unfallzeitpunkt ein 33-Jähriger gesessen. Wie sich zeigte, verfügte er über keine Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun auch, ob er mit dem Fahrzeug gefahren war und dieses dort abgestellt hatte. In Frankfurt kam es in der Leipziger Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand im Dachgeschoss. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen, sodass Personen oder größere Sachschäden ausblieben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Auch Kriminaltechniker haben den Brandort untersucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.